Hey! Hallo! 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 Und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video gibt es Lipgloss-Application und Mouth-Sounds. Falls du also keine Mouth-Sounds magst, schalte jetzt ab und schau dir gerne eins meiner anderen ASMR-Videos zur Entspannung auf meinem Kanal an. Ich weiß nicht, ob du meinen Post gesehen hast, aber mein Handy wollte mich gestern irgendwie total veräppeln. Ich hatte ja bereits in dem Post geschrieben, dass ich gestern dieses Video aufnehmen wollte und es auch gestern hochladen sollte. Also quasi am Dienstag. Und ja, ich habe zu dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, was 25 Minuten ging, sprich das Animal Crossing Video, nichts an meinem Speicher verändert. Also wirklich nichts. Ich habe weder irgendeine App runtergeladen noch irgendwelche Bilder oder Videos gemacht. Nichts. Und trotzdem hatte ich auf einmal aus dem Nichts einfach 127 von 128 Gigabyte belegt. Apple, was soll das? Dann habe ich diverse Apps gelöscht, Bilder und Videos gelöscht, TikTok-Entwürfe gelöscht. Und danach war mein Speicher noch voller als weniger. Also danach hatte ich 127,6 Gigabyte belegt. Und ich wusste ehrlich gesagt echt nicht mehr, was ich tun soll. Ich war so close zu heulen, wirklich. Aber als ich dann heute Morgen geguckt habe, habe ich auf einmal... Ich weiß nicht, ob sich das Handy jetzt beruhigt hat, aber jetzt habe ich wieder nur noch 113 Gigabyte belegt. Naja. Jetzt habe ich Bilder auf Videos gelöscht, die ich nie wieder bekomme für nichts. Aber dafür können wir jetzt das Video aufnehmen, worauf wir uns jetzt schon gefreut haben. Deswegen... Ja, ich habe fünf Lipglas zur Auswahl. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene. Und ich habe diese Tücherbox zum Abmachen vom Lipglas oder Abnehmen. Und jetzt ver baue den Baumhalen. Und ich will jetzt den Format fertig sein. Und die normale Beweise. Um, es istinha ja zehn, aber es geht in 아침. Okay, also leider nahez schon wieder ansonsten. Man, wir zeigen uns immer wieder das Michaels in ihrem Komplers her. Naja, jedenfalls habe ich hier diese Tücher und meine von Flipgloss bereit. Und wir starten mit Nummer 1 und das ist dieser hier von Sephora. Ihr seht, das ist so ein rosa Holoton und das ist die Farbe Nummer 11 und der hat einen Plump-Effekt. Der Applikator ist ein wenig klein. Aber. Der Applikator ist ein wenig klein. Der Applikator ist ein wenig klein. Der Applikator ist ein wenig klein. Wir können dem Ganzen ja mal ein Ranking geben, welcher Lipgloss am besten aussieht und welcher am schlechtesten. Also rein vom optischen ist der auf jeden Fall von der Verpackung echt schön. So richtig girly. Allerdings finde ich den als Farbe getragen an mir persönlich nicht so schön. Der ist halt so sehr hell. Ich mag eher so ein paar kräftigere Farben, also so was Lebendigeres, so Rot oder so. Ja, ihr versteht schon. Das war jetzt immer noch mal an. Ich mache mich italien, aber es ist nicht schön. Ich mache mich nachdem auf jeden Fall ein. Ich mache mich sehr gerne wohl ein. Meine Augen an immer wieder. Ich mache mich sehr gerne einen. Ich mache mich an... Ich mache mich nicht an... Ich mache mir das auf jeden Fall. so Ja, und das war unsere erste Farbe. Oh, die zweite, diese hier, habe ich letztes Jahr im Herbst sehr, sehr gerne getragen. Und zwar ist das die Fenty Beauty Glass Bomb in der Farbe Fuzzy. Fuzzy, Fuzzy, Glass Bomb, Glass Bomb, Glass Bomb, Glass Bomb. Die riechen auch immer so gut, man fängt die Beauty. Ein wesentlich größerer Applikator als der gerade eben. Okay. 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 Ich würde natürlich normalerweise etwas weniger Gloss auftragen und wahrscheinlich ein ein Matte Lipstick darunter und dann den Gloss. Aber ich mag die Farbe. Okay. 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 so Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt, aber ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ja, ja, ja. Okay. Unsere dritte Farbe ist dieses hier von Revolution. Und zwar die Sweet Bump. Und der Lipgloss hat mir meine Freunde geschenkt. Und auch hier ist das Packaging wieder so schön. Diese süßen kleinen Steinchen hier. Die Details und die Farbe des Lipglosses. Das Rosé Gold. Total cute. Und der riecht unfassbar gut. Sorry. Oh, wenn ich riechen könnte, der riecht, als könnte man den essen. Den trage ich gerne in Kombi, wenn ich vorher ein Lipton bzw. diesen Lipstain von Clarins Paris aufgetragen habe. Und dann sehen die Lippen so richtig lebendig, juicy aus. Oh, der ist so toll. Und auch hier wieder ein größerer Applikator. Aber hier kommt immer so, jetzt ist ein bisschen mehr Produkt rausgekommen. Da kommt immer so wenig. tatsächlich an Versuch auf dem mic. Oder nicht. Also, hier kommt noch nicht darauf an die Lippen. Ich freue mich, dass ich nochuitend hab. Okay, so, sieht der getragen aus, der sieht Gott sei Dank sehr natural aus, also, ja, ich mag die Farbe, weil es halt durchsichtig ist, einfach juicy ist, glänzt und wie gesagt, mit dem Lipptint. Die Farbe von Lippenrege hat die Farbe aus, das ist, das ist, das ist, das ist nicht, du kannst, dein Lippenrege hat, das ist ja drauf, das ist zum Beispiel, ich bin Lippenregeinhos, wenn ich mich im Lippenrege, weil ich deinen Lippenrege auch für dich ich kenne dir das, ich bin sehr, dass ich mich nicht so für mich nicht Huuuuhh Ich liebe es.